Moin Freunde, es war der heutige Folge Fortnite mit Pepsi. Was geht ab? Und wie man sehen kann, ist der Late Game Arena Modus wieder drinne. Und Freunde, das ist nicht das einzigste, sondern die goldene One Pump gibt es auch wieder. Und Freunde, ihr wisst ja, früher hat die 200er Headshots gemacht. Und ich bin gespannt, ob die diesmal auch wieder One Pumps gibt. Oder auch 180 oder 190 Schaden. Aber Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde und gucken danach, ob das jetzt stimmt. Freunde, wir sind jetzt hier erstmal in der Lobby. Und Freunde, hier gab es gestern einen kompletten Bug. Deshalb ist der Modus auch rausgegangen wieder. Also hat Epic Games erstmal entfernt. Und zwar, man ist einfach nicht auf der Insel gespawnt. Dann konnte man sich hier einfach pickaxen. Und man konnte einfach Kills farmen. Und wenn man irgendwann zu viele Kills hatte, kann man sogar gebannt werden. Das finde ich krass. Hey, warte mal. Spiel startet in blablabla Sekunden. Okay, jetzt geht's. Also los. Meine Waffen, die sind kacke. Wir landen hier. Komm zu mir. Ich baue mir erstmal eine kleine Base. Weil ich meine Waffen sortiere. Oh, der mir fällt auf. Hier wird alles rumlegen. Was ist denn eine Waffe denn? Äh, was meinst du? Äh, für Waffen genau. AR, Pump, MP, wenn du was. Der, ich habe Hammersturmgewehr und diese Pump halt. Der geht das Ding ist. In der PS4-Spieler haben wir voll den Nachteil. Weil man, weil hier alles rumleckt. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann noch schießen. Oh, Dickens. Ich habe ein Fass. Alter, einer ist soweit nach. Ja, hier, gegen hast du da. Die Zone. Ich bin im Bauern so kacke geworden. Das ist nicht auch. Das ist so schlimm. Okay, wir müssen in die Zone. Ich bin angeschossen und krieg falsch an. Der ist das unnötig. Ich halte mich schnell. Ich habe es aufpackt. Da laufen welche. Dickens. Dead White. Oh mein Gott, Digga. 3-Hit jetzt weg. Ich habe markiert. Das ist doch noch jemand. Digga, Alter, was geht es hier jetzt ab, Alter? Ey, komm mal zu mir. Wir gehen pushen. Nein, alles. Oh mein Gott, nein. Sobald ich zu Gegnern gehe, läge ich rum. Ach du kacke. Ey, ich muss mich kurz heilen. Nein, ich hab's gar nicht. Ey, Pepsie, unter mir sind welche. Warte, komm mal zu mir. Wir haben mit Jump It Up. Warte, editieren wir die Pyramide auf. Warte, wir haben mit Jump It Up. Oh, das ist nicht meine Plattform. Ich kann nicht editieren. Nein. Weg damit einfach. Okay, und jetzt kommen wir in die Zone. Ach, so kacke. Man legt das jetzt bei mir rum. Ich weiß. Ich hab noch eine Schildblase. Überall, uns? Das Schildblase hat sich drin. Von wo kommt der? Ich bin von der Seite rein. Ich bin von vorne. Nein. Bin drin? Alter, der hat sich voll gut raus editiert. Hat er voll stark gemacht. Wir müssen von der Seite noch aufpassen. Jump It, Jump It. Ich geh auf High Ground. Wir gehen drauf, wir gehen drauf. Komm. Ich geh auf High Ground. Ja auch, ich auch. Ich hab mich gut eingebaut. Ich hab gleich keine AR-Money mehr. Kacke. Ich hab 3,90. Ich hab gar nichts mehr gefühlt. Ich schieße mal auf andere Gegner von der Seite. Oh mein Gott. Ich hab einen, ich hab einen. Let's go. Erster Kill. Bin ich. Bei mich jemand. Hä? Von wo kommt der? Oh mein Gott. Beim Pepsi unter mir. Hilfe. Ja, Pepsi, helfe mal. Ich halte mich schnell. Ach du, Kacke. Ich komm. Nein. Digga, alles leckt. Sehr schön. Finish. Sehr schön. Digga, das ist so schlimm, weil alles umlegt. Nimm mir Apul mit. Mach. Oh, ne Gold ist Stryker. Nimm ich. Ja, hab ich auch. Warte mal. Hier ist ein Schildblase. Also ich werfe die mal. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Schutz. Aber nur so ein Problem. Ich wollte. Er hat da ja Moni. Ja. Ey, hast du mir jetzt Holz? Holz. Holz habe ich nichts. Also da machst du aber nichts. Ja, okay. Unter uns sind auch noch welche. Warte mal. Ich konnte hier nicht bauen. Was ne Kacke. Alter. Du lebst noch. Du lebst noch. Digga, niemanden. Oh mein Gott. Ich geh erstmal auf Jumpet. Und hab mir jetzt auch noch jemand. Wo genau? Der Halt sich. Ich weiß. Der ist da unten drinne, glaube ich. Ja, der ist da drinne. Wir gehen pushen, komm. Von der Seite noch, pass auf. Der bohrt sich nach unten. Ja, ja, ich seh. Der rennt weg. No, no, no. Der den holen muss. 1 XP. Sehr fest. Ja, den haben wir. Sehr schön, mate. Wichtig? Hier sind die nächsten Fights direkt. Das Ding ist hier jetzt voll viel Action in dem Modus. Oh, nein, bei mir sind drei Gegner. Ach, du kacke. Warum gehe ich hier alleine hin? Ich bin low, low. Warte, da oben sind wir auf Highground. Schießt die runter. Oh, hier hast du. Hast du Binnis? Ja, ich hab mir nicht so ein Biggies. Oh, nee, mir. Oh, ich hab jemanden runtergeschossen. Der ist tot. Nee, 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 nee. Ich hab jemanden runtergeschossen. Ich hab jemanden runtergeschossen. Der ist tot. Ralsbrain? Ab ihn? Von der Seite, pass auf. Ja, pass auf. Admin-Nabel? Ich hab keine Money mehr. Äh, nein, ich mein Money. Warte. Keine... Das ist weiter, liegt hier noch. Das hat spannend, liegt auch. Warte, ein Splash hier noch. Warte mal, ich Splash mal. Wir müssen raus. On me? Hab einen. Oder unser Mate, ich weiß nicht. Sehr schön. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Komm in die Zone. Ich geh unten lang. Ach, der Kacke. Oh mein Gott. Ey, das geht so ab hier, ne? Guck mal, mein Affe an der Hund. Ich kann jetzt nicht. Ich hab die 10 HP. Ich hab die 10 HP. Ich muss mich konzentrieren jetzt. Oh Gott. Nein, ich hab mein Mate-Nabel weggelegt. Ich hab kein Green Life mehr. Ich kann mir aber geben. Ich kann mir geben. Ich kann mir geben. Okay, jetzt wird die Zone hier richtig klein. Ja, hier. Warte, warte, ich komm. Wo ist das? Ach so, hier. Ich hab, ich hab. Ja, ich hab die letzten. Das sind die letzten. Das sind die letzten. Wir müssen weiter. Ich hab meine MP liegen gelassen. Ich werd sie haben. Nö, nö. Ja, doch, ich bin tot. Ja, ich hab nix gesehen. Komm, Pep, ich hab's. Nimm dir. Ey, du kannst mich heilen, ne? Also, könntest du probieren. Wiss ich glaube, ich hab's nicht schaffen, aber. Und dann, ey, warte mal. Ey, das ist eins gegen eins, ne? Pep, komm. Der kann hinten rausgehen, ne? Pass auf. Bleib erst mal auf Highground. Ja, okay, also ich bin tot. Okay, jetzt müssen wir alle an Pepsi glauben. Erste Runde, erster Win, bitte. Oh, nein. Sieht nicht gut aus, Pepsi. Nein! Ach, Digga. Ey, das wär so geil gewesen, wenn wir erst Runden win geholt hätten. Ey, Pep, komm, wir machen noch eine Runde, okay? Ja. Okay. Freunde, wir sind jetzt hier in einer neuen Runde angekommen. Und ich hab wieder nicht die Legendary One Pump. Aber ist egal. Hä? Ich kann mich gleich nicht aktivieren. Warte, ich komm zu dir. Digga, alles lag bei mir, ne? Ich hab Goldene Star. Ich hab Goldene Star. Ey, die Gebäude sind bei mir nicht mal richtig gespawnt, ne? Ich hab Goldene Star. Ich hab Goldene Star. Ich hab Goldene Star. Alter, gönn dir. Ich hab wieder gefüllt die Waffen wie eben. Ich hab wieder diese Hammer MP, äh, Hammer AR. Und die, aber die ist meine Striker Pump. Ich nenne, die ist eine automatische. Okay, Natione sind wir erst mal auf jeden Fall. Ich hab jemanden angeschossen, der hat einen Pfeil zu bekommen. Warte mal, wo bist du eigentlich? Also, was war ich gerade? Ja, ich geh nicht auf High Ground. Ich spray erst mal von hinten ein bisschen. Oh, Hit. Ja, klar. Ey, hinter uns sind welche. Die haben sich voll versteckt. Entillte Towers sind welche. Digga. Unser Mate hat, äh, hat ein paar Hits bekommen. Oh, Digga, mit dem Bauern, das lag so hart, ne? Der Boxer. Ja, ich hab gar gar keine Ahnung, wo ich fighten soll. Ey, da hinten sind welche, ne? Alter. Ey, das ist nicht gar was, ne Digga, so lack. No, no. Der Pik, der Pik mit Striper, pass auf. Sagen wir pushen? Nein, nicht pushen, wir bleiben hier. Die müssen in die Zone kommen, wir sind hier. Hier ist alles gut. Pik nicht so viel, die haben einen Sniper. Pinker und hinter uns. Head out. Ich höre die. Hit, that's right, that's right. Wir halten uns, ich heile unser Mate. Gib mal Rückensäckung, wenn du kannst, ich heile die. Ich heile die. Ich heile die. Ich heile die. Ja, wäre gut. Ich glaube, die hören, dass ich ihn wiederbelebe. Bitte, bitte, bitte. Ich hab ihn, ich hab ihn. No. Ich wollte nach unten editieren. Mach nix. Der Flow aber. Nee, der hat ja die HP bekommen. Ja, der hat ja die HP bekommen. Ja, der hat ja die HP bekommen. Ja, der hat ja die HP bekommen. Ich hab den so gut hits gegeben. Von der Seite. Mate, du musst kurz zubauen. Ja, scheiße, der hört mich nicht fällt mir auf. Ach, digga. Hier, gönnen die Minis, nimm die mal. Ey, du bist tot, bist denn das kacke. Sorry. Der ist egal. Warte, von der Seite kommen die da noch. Ja, die, äh, die kämpfen da. Ach, digga. Ey, jetzt ist so schmutz. Warte mal. Hier liegen noch Flopper, die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Das kann ich auch mitnehmen. Und das. Warte mal, das werfe ich. Äh. Warte mal, Harpone kann ich auch nochmal mitnehmen. Okay, jetzt ist hier erstmal ein bisschen Entspannung. Warte mal, ich brauche AR-Money, warte mal. Wie kann man das nochmal anzeigen? Warte mal. Äh. Äh. Äh, linke Falltaste. Ich weiß nicht, da ist irgendwie Gegnermarkierung. Keine Ahnung. Obere, obere Taste. Äh, obere Taste. Ja, ist egal. Warte hier. Nein, hallo. Ich brauche den Loot hier. Ach, digga. Komm. Nein, ich dachte, hier liegt die One Pump. Kacke. Hab ich auch was. Egal, ein MP. Wichtig. Das ist alles gar nichts. Ich glaube, ich habe Fische. Kann ich mir gönnen. Ja, me. Von hinten, Digga. Nein, mate, du bist im Weg. Oh. Wichtig. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Neben euch oben. Oh, Digga, ich bin so kacke im Baum gewonnen. Mate, ey. Und damit baut mich aus. Ach, du kacke. Ey, ich bin so überfordert gerade, ne? Ich bin so überfordert, ne? Wir haben einen Kild. Wir haben einen Kild bekommen. Jetzt go. Lauf, Alter. In Wasser. Alter. Nicht, fight it. Ja, ich habe miese Lecks gerade. Weil hier so viele Spiele auf ein Haufen sind. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh zu haben ja schwierig ja schmutz das ding ist auf ps4 leckt alles eine runde machen ok ok leute wir sind jetzt hier wieder in der nächsten runde angekommen aber komischerweise haben wir die so irgendwie kein mate bekommen fragt nicht wieso aber ist so ich habe ich konnte meine leiter wieder nicht aktivieren weil alles ist da geil können wir ja ich konnte nicht aktivieren ich habe das nicht geschafft ich kämpfe gerade jawohl was war der kacke müssen die machen kommen wir zu mir kommen zu wasser im wasser im wasser ja jetzt können wir auch benutzen willst 88 alter beginnt dahin wo nicht so viele fight sind folgt mir folgt mir nein du bist viel zu tief was machst du denn die wollte ich nicht hier sind zu viele noch dazu ok was machen wir jetzt einfach mal zu mir einfach ins gewiss rein nein über uns warte der sieht uns nicht ich gehe ich probiere jetzt ein bisschen zu feiten ich auch ich habe gar kein mit der waffe mehr unter und unter und unter und hallo geil dass du mich aus warst weil ich wollte eigentlich ein bisschen feiten noch ich mag so warte da sind welche drauf wenn ich haben darf ich habe zu wenig harmonie deshalb es bringt sich so viel diese welche warte hier sind welche was nimmt ja die bekannt weil die werden hier unten sind auch noch welche nach ja die pinken auf uns und die geht an jemanden habe einfach kacke in der luft ist jemand ich habe gar keinem mit der skar direkt ja bei mir legt alles kann ich machen egal ich habe ihn einfach der beste niemand nebel mit hat der erste nuska die geht an jemanden habe ich glaube ich kommst du kannst du zu mir kommen ich komme gerade los hauptsache du kommst ist egal wie aber kommt unter uns oh mein gott ich bin so überfordert gerade nach die geht an jemanden ich brauche mich ein ja die komme ich jetzt alle pushen ja ich werde sterben digga weil das der größte wetter ja er bekommt jede wand digga okay digga das ding ist eine late game ist so geil aber ps4 spieler können nichts machen weil alles schlecht ich konnte nicht mal gegen bauen oder so ja aber egal freunde man hat dieses video gefallen da könnt ihr trotzdem gerne mal ein like und ein abo da lassen wenn wir sagen sehen wir uns bis zum nächsten mal haut rein und peace